Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Alias Dali. Das letzte Soloalbum von Alias, Insomnia, erschien im Juni 2017 und liegt somit bereits mehr als drei Jahre zurück. Danach folgte noch gemeinsam mit Motrip das Collaboalbum Mohamed Ali im Dezember 2018. Jetzt steht das fünfte Soloalbum des Münchners an. Dali kommt mit 17 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Adel Tawil, Kollegah und Vaisel. Das Release kommt über 4Music und erscheint als CD und auch als Box. Herentod Posse, Mörder ohne Gesicht. Das Label mit der Sturmmaske ist zurück. Mit einem Deal bei Chapter One versuchte man zu zeigen, dass harter Rap auch auf Major Level funktionieren kann. Dabei musste aber vor allem die künstlerische Freiheit leiden. Die logische Konsequenz, man kehrte Universal Music den Rücken und besinnte sich auf die Wurzeln und Anfänge. Herentod Records befindet sich nun wieder in der altbewährten Konstellation mit Distributions, um die gewohnt kompromisslose, aber vor allem auch unabhängige Musik machen zu können. Mit der neuen EP Mörder ohne Gesicht melden sich Blockmonster Dr. Faustus, Pervers, Schwarz und Usi zurück. Das Release beinhaltet 10 Tracks, die EP kommt über Hirntod Records und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.